Und so geht es jetzt gleich noch hier im ORF weiter. Das ZIP-Magazin berichtet über ein umstrittenes Projekt im bei uns belebten Urlaubsland Kroatien. Vor der dalmatinischen Küste soll jetzt noch Öl gebohrt werden. Daran beteiligt ist auch die OMV. Nicht nur Umweltschützer sind dezent. Und im Wetter kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten Tagen. Alle Details gleich von Markus Watzak. Wir wünschen auf jeden Fall einen schönen Abend, verabschieden uns bis morgen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020